Wie ist der Vorstandsmitglied der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft? Ja, den Handlungsbedarf gibt es eigentlich überall. Wir als GEW vertreten ja in der Fall auch alle Bildungsbereiche, von der frühkindlichen Bildung über Schule, berufliche Bildung, Hochschule bis zur Weiterbildung. Und die Probleme gibt es überall. Wie Sie richtig sagen, Fachkräftemangel. Das ist eigentlich genau auch eine Sicht, die ich erstmal teilen würde. Wir leben im 21. Jahrhundert in einer Wissensgesellschaft, so sagen es die Soziologen jedenfalls. Und das heißt, die Anforderungen an Arbeit werden auch immer anspruchsvoller, immer komplexer. Deswegen brauchen wir immer mehr besser qualifizierte Menschen. Und unser Bildungssystem ist leider nicht so angelegt, dass wir allen, die eine gute Ausbildung anstreben, auf dem roten Teppich ausrollen. Das fängt eigentlich schon an im Schulsystem, dass wir die Kinder im Alter von zehn Jahren auf verschiedene Schulen verteilen und dann eine spätere Korrektur, nicht mehr so ohne weiteres möglich ist, wenn jemand nicht aufs Gymnasium geht. Und das geht dann weiter bei der Frage Hochschulzugang. Wer hat eigentlich die Chance, ein Studium aufzunehmen? Muss man ein Abitur haben oder auch eine berufliche Qualifizierung? Das heißt, die Übergänge von einer Stufe in die andere Stufe, die sind in Deutschland besonders schwierig und sind häufig auch letztlich verbunden mit unterschiedlichen sozialen Voraussetzungen. Das ist ein großes Problem, dass wir keine Chancengleichheit haben. Das können wir uns aber eigentlich nicht leisten. Wir müssen allen die Chance geben, sich bestmöglich ausbilden zu lassen. Nur so können wir auch den Fachkräftemangel bekämpfen. In der Problemsdiskussion vorhin wurde angesprochen, es gibt zwar eine Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und akademischer Bildung, aber wer aus der beruflichen Bildung kommt, hat es schwer, weil ihm zum Beispiel in so Bereichen wie Mathematik, wenn wir jetzt im technischen Bereich sind, Grundlagen fehlen. Da hat Professor Haber von der Hochschule hier in Berlin gesagt, da fehlt der Zwischenschritt, die Leute auszubilden. Haben Sie dafür eine Idee oder ein Konzept? Naja, mittlerweile sind wir ja eigentlich in der Diskussion schon einen Schritt weiter gekommen, weil die Kultusministerkonferenz hat ja gesagt, die berufliche Bildung soll grundsätzlich den Weg zur Hochschule öffnen. Für Meisterinnen und Meister grundsätzlich und für Absolventinnen und Absolventen einer beruflichen Bildung, die keinen Meister haben, wenn sie eine bestimmte Erfahrung vorzuweisen haben, zumindest fachgebunden. Und ich glaube, da sollte man nicht hin und zurückgehen. Das sind die Standards. Die Länder müssen das umsetzen. Und die Idee ist ja, wir haben ein gewisses Grundvertrauen, dass junge Menschen schon sich auch einschätzen können, können sie sich ans Studium zutrauen. Und ich glaube, da sind dann auch die Hochschulen gefragt und natürlich auch andere Beratungsinstitutionen, dann den Menschen Hilfe zu geben, Selbsteinschätzungskompetenz zu geben. Kann ich das machen oder was fehlt mir noch? Muss ich vielleicht noch nachmachen? Braucht es eine besondere Unterstützung? Und dann eben auch an den Hochschulen muss ihnen eine besondere Unterstützung angeboten werden. Ich glaube, das ist der sprengende Punkt. Ich gehe erst mal so heran, wir sollten Vertrauen haben darin, dass derjenige, der ein Studium in Angriff nehmen will, auch eine hohe Motivation mitbringt und selber sehr gut beurteilen kann, ob er die Voraussetzungen mitbringt oder nicht. In dieser etwas teilweise unüberschaubaren Gemengelage, wie sehen Sie da den staatlich geprüften Techniker positioniert? Der staatlich geprüfte Techniker oder die Technikerin, es gibt ja glaube ich auch immer mehr Frauen, die diese Ausbildung machen, die lappt ja gewissermaßen schon in den tertiären Bereich hinein. Das heißt, wenn wir über den Technikerberuf sprechen, muss man auch sagen, das ist etwas anderes als eine duale Ausbildung oder eine Berufsfachschulausbildung, die man eher in den sekundären Bereich packt, sondern der Techniker, der gehört zum tertiären Bereich, ist deswegen ja auch im deutschen Qualifikationsrahmen auf Stufe 6 eingestuft worden, wo der tertiäre Bereich anfängt, also auch ein Hochschulstudium etwa auf Bachelor-Niveau schon anzusiedeln ist. Und deswegen ist ja dieses Ergebnis der Einstufung in den DQR, wo ja viele Sachverständige mitgearbeitet haben, auch erstmal Ausdruck dessen, dass wir hier auch Kompetenzen vermitteln, die über die klassische berufliche Ausbildung hinausgehen. ein anderes Niveau erreicht haben. Und dem muss dann auch die Bildungspolitik auch Rechnung tragen. Wenn Sie sich jetzt die Bildungslage in Deutschland anschauen und Sie würden einen Wunsch frei bekommen, dass Sie ohne größere Diskussionen ändern dürften, was würde das sein? Also ganz aktuell fällt mir da spontan ein, das Kooperationsverbot. Wir leisten uns in Deutschland den Luxus, in unserer Verfassung eine Vorschrift zu haben, die Bund und Ländern verbietet zu kooperieren. Ganz praktische Folge, der Bund darf die Länder nicht unterstützen in der Bildungsfinanzierung. Und die Länder sind aber für Bildung verantwortlich. Das ist ein ganz großes Problem. Und deswegen müssen wir das Kooperationsverbot aufheben, damit auch der Bund in der Fläche und auf Dauer mehr Geld für die Bildung ausgeben kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017